Hey Leute! In diesem Video zeigen wir euch eine Auswahl cooler Gadgets, mit denen ihr euer Büro genauso lieben werdet wie euer Zuhause. Wir beginnen mit PDF Element, einem der leistungsstärksten Tools, wenn man mit PDF-Dateien arbeitet. Mit PDF Element kannst du ganz einfach PDF-Dateien erstellen und bearbeiten und sie in andere bekannte Formate wie Word, Excel, PowerPoint oder einfach in ein normales Bild- oder Textdokument konvertieren. Lass uns einige der nützlichen Funktionen dieses Programms ausprobieren. So können wir beispielsweise ein Passwort aus einer PDF-Datei entfernen. Geh dafür einfach auf die Registerkarte Schützen, klicke auf das Schloss und entferne das Häkchen bei den Kästchen. Wie du siehst, ist das ziemlich einfach. Und hier ist eine weitere nützliche Funktion des Programms, das einfache Entfernen von Wasserzeichen. Wir öffnen eine Datei mit einem Wasserzeichen, klicken auf die entsprechende Schaltfläche und es ist, als wäre es nie da gewesen. Willst du, dass deine gerade gescannten Dokumente in Word gespeichert werden? Drücke einfach auf OCR und das Programm erkennt den Text. Speicher nun die Datei in einem mit Word kompatiblen Format. Alles fertig. Es ist eine erstaunliche Alternative zu teuren Programmen. Probier es unter dem Link in der Beschreibung kostenlos aus. Aquarius ist eine Fontänenlampe, die Wasser auf visuell unfassbare Weise manipuliert. Deine Gäste können fasziniert beobachten, wie sich der Wasserstrahl krümmt, die Farbe wechselt, einfriert, nach oben steigt, sich in mehrere Ströme aufteilt und sogar Effekte wie vulkanische Blitze oder das Nordlicht darstellt. Aufgrund ihres schlanken Profils kann sie in eine Vielzahl von Räumen passen. Aquarius kann auch in einen wasserlosen Standby-Modus versetzt werden und dann als Nachtlicht fungieren. Die Fontänenleuchte ist mit 60 LED-Leuchten ausgestattet. Indem wir einen Teil dieser LEDs in einem Frequenzbereich von 75 bis 100 Hertz gegen einen synchronisierten und vibrierenden Wasserstrom variieren, können wir Momentaufnahmen oder Bilder des Wassers zu verschiedenen Zeitpunkten erstellen. Ein Set dieser Frames kann die Illusion einer Animation erzeugen. Das animierte Wasser scheint sich zu biegen, einzufrieren, zu verlangsamen, nach oben zu fließen oder sich sogar in mehrere Ströme aufzuteilen. Durch die Anwendung verschiedener LED-Farben kann Aquarius noch faszinierendere Darstellungen wie zum Beispiel Farbverläufe, mehrfarbige Ströme und vieles mehr erzeugen. Wusstet ihr schon, dass euer Smartphone über euren Schreibtisch aufgeladen werden kann? Mit Energy ist es möglich, jedes Möbelstück in deinem Haus in eine schnelle, drahtlose Ladestation zu verwandeln. Dieses unsichtbare Ladegerät wird unter der Oberfläche des Tisches, Schreibtisches oder eines beliebigen Möbelstücks montiert, während dein Handy auf der Oberfläche aufgeladen wird. Mit einer Entfernung von bis zu 40 Millimetern kann Energy praktisch jedes Möbelstück in deinem Haus oder Büro in eine drahtlose Schnellladestation verwandeln. Ziemlich praktisch, oder? Apropos ungewöhnliche Ladegeräte. Wir haben ein wirklich cooles gefunden. Dieses drahtlose Schwebeladegerät kann nicht nur das Gerät in der Luft aufhängen und seine Höhe halten, sondern es auch laden und rotieren. Es stoppt das Aufladen des Handys, wenn der Akku voll ist, schwebt aber immer noch und dreht das Gerät, bis es entfernt wird. Wie funktioniert das? Um die Höhe zu erreichen und ratlos aufladen zu können, benötigt das Telefon ein spezielles Case, das aus zwei Hauptteilen besteht. Einem Stromempfänger von der Basis und einem Magneten, der seine Position in der Luft hält. Der Hersteller hat ein ultradünnes Case entwickelt, das mit einem Magneten ausgestattet ist, durch den das Gerät schweben kann. Und es hat auch einen Induktionsempfänger zum Aufladen ohne Kabel. Das Ladegerät ist stark genug, um ein 600-Gramm-Gerät schweben zu lassen und es aufzuladen. Wenn man den ganzen Tag an einem Schreibtisch arbeitet und aufrecht im Stuhl sitzt, kann das ziemlich unangenehm werden. Mit dieser Fußhängematte wird dir die Möglichkeit geboten, deine Beine und Muskeln während der Arbeit zu strecken. In Rezensionen heißt es, dass die Hängematte Rückenschmerzen lindern und die Blutzirkulation regulieren kann. Sie kann von schwangeren Frauen oder Personen, die eine Verletzung haben oder sich in der postoperativen Phase der Genesung befinden, benutzt werden. Klingt gut für den Preis. Die Auswahl der Hängematten findest du in den Links in der Beschreibung. Hast du überanstrengte Augen oder Rückenschmerzen, weil du auf deinem Bildschirm herunterschauen musst? Wenn ja, brauchst du unbedingt eine Monitor Stehhilfe, die dir hilft, eine richtige Sitzhaltung zu entwickeln. Sie befreit dich von Verspannungsschmerzen oder Überanstrengungen der Augen und des Nackens und verbessert gleichzeitig die Belüftung des Computers. Sie eignet sich auch zum Aufstellen von Fernsehgeräten, Druckern, Handys, Laptops und so weiter. Der Ständer verfügt über verschiedene Steckplätze für ein Handy, eine Tasse, Unterlagen und andere alltägliche Büromaterialien und erlaubt es dir, deine Tastatur und Maus unter den Ständer zu schieben, um auf deinem Schreibtisch mehr Freiraum zu schaffen. Wenn du lieber in deinem Bett arbeiten oder spielen möchtest, kannst du dir diesen Laptop-Schreibtisch näher ansehen. Er wird mit Tablet, Stift und Telefonhaltern geliefert, sodass man alles an einem Ort haben kann und dadurch etwas Platz spart. Die Handauflage bietet eine bequeme Position für dein Handgelenk und verhindert gleichzeitig, dass der Computer abrutscht. Er ist leicht und wird mit einem Griff geliefert, mit dem man ihn bequem mit einem Finger von einem Ort zum anderen tragen kann. Wenn du für deine Arbeit etwas Größeres brauchst, ist hier ein einstellbarer Bildschirmarbeitsplatz. Die Oberseite bietet viel Platz für die Aufstellung von Einzel- und Doppelmonitoren oder Laptop- und Computermonitor. Du kannst den Schreibtisch durch Drücken eines Hebels anheben. Er fährt ziemlich leicht nach oben. Zum Absenken auf die gewünschte Höhe musst du ebenfalls den Hebel drücken und mit etwas Druck nach unten schieben. Mit solchen Stehpulten hält man das nötige Gleichgewicht zwischen Sitzen und Aufstehen den ganzen Tag über. Dieses Gadget wird dich mit Sicherheit umhauen. Es ist so etwas wie ein Roboterarm mit einem Kissen in Form einer menschlichen Hand. Es kann als Kissen für eine Wange oder das Kinn verwendet werden, wenn dein Nacken und deine Schultern mal wieder erschöpft sind. Die Hand ist so gewölkt, dass das Kinn leicht platziert werden kann. Die Montage ist sehr einfach. Man muss sie nur an einem Schreibtisch befestigen, die Schrauben festdrehen und anziehen. Meine Güte, das ist echt genial! Langweilt dich das übliche Glasgeschirr? Willst du dich wie ein echter Wikinger fühlen? Probier es mal mit dem Trinkbecher Das Horn aus. Häng es um deinen Hals für ein freihändiges Trinkerlebnis. Stell dir vor, was du mit zwei freien Händen tun kannst. Bei der Herstellung des Horns wurden keine Tiere, weder mythische noch reale, verletzt. Dieses Trinkgefäß fasst bis zu 709ml deines Lieblingskaltgetränks. Es enthält einen abnehmbaren Nackenriemen und einen Ständer, falls du es mal abstellen musst. Ich denke definitiv darüber nach, mir eins zu holen. Schau dir diesen Stickermaker an. Diese Maschine ist perfekt für die Erstellung von Karten, Hausaufgabenprojekten, personalisierten Labels und vielem mehr. Sie ist einfach zu benutzen. Man muss nur das ausgeschnittene Wort oder einen anderen kleinen Gegenstand nehmen, den man auf der Rückseite bekleben möchte. Lege es mit der Vorderseite nach oben in die Maschine und ziehe es von unten heraus. Mit dem perforierten Streifen aufreißen oder mit einer Schere ausschneiden. Dann musst du das Klebeband abziehen, das Wort oder das ausgestanzte Bild herausnehmen und auf deine Karte kleben. Die Nachfüllpackung ist leicht zu ersetzen. Denke daran, es wird schwierig sein aufzuhören, alles Mögliche in Sticker zu verwandeln. Wenn du bei der Herstellung von Stickern versagt hast, kannst du sie mit diesem Aktenvernichter wieder zerstören. Das Gerät verwandelt Papier, Quittungen von Geldautomaten, Kreditkartenabrechnungen und andere alte oder unerwünschte Informationen in kürzester Zeit in Streifen. Das Gerät zerkleinert sogar Kreditkarten, eine nach der anderen. Und es ist nicht nötig, Heftklammern oder kleine Büroklammern zu entfernen. Gut genug für diejenigen, die verhindern wollen, dass ihre persönlichen Daten an die Öffentlichkeit gelangen. Nate Day ist ein natürlicher Luftreiniger für jedes Haus oder Büro. Hinter seinem einfachen Design verbirgt sich eine komplexe und innovative Technologie. Der Luftreiniger verfügt über die fortschrittlichsten Sensoren und nutzt einen neuen fotokatalytischen Filter, den man nicht einmal austauschen muss. Dadurch werden Abfall und zusätzliche Kosten vermieden. Dank der Kombination aus der Anlage und diesem innovativen Filter eliminiert dieser Luftreiniger erfolgreich 93% der flüchtigen organischen Verbindungen, die die gefährlichsten Bedrohungen für unsere Gesundheit darstellen. 99% aller Bakterien, Viren, Feinpartikel und Gerüche. Er arbeitet mit einer speziellen App, die es den Benutzern ermöglicht, Luftschadstoffe zu überwachen und den Luftstrom in ihrem Raum in Echtzeit zu kontrollieren. Nate Day kann sogar eine Verbindung zu anderen Smart Home Geräten herstellen. Die Monitore und Sensoren im Inneren des Luftreinigers können die Temperatur und Feuchtigkeit eines Raumes genau messen und darüber hinaus Schadstoffe, Feinpartikel und Kohlenmonoxid erkennen. Die Vorteile von Nate Day? Bessere Gesundheit, besserer Schlaf, höhere Produktivität und vieles mehr. Wir haben alle einen zentralen Platz, an dem wir unsere Notizen aufbewahren, sei es an der Kühlschranktür, am Aktenschrank oder an der Wand. Der Gripit ist ein Notizhalter, der die Papiere, die man in ihn hineinschiebt, ordentlich festhält und die Papiere, die man herauszieht, einfach wieder loslässt. Er eignet sich hervorragend für Kühlschranktüren, Aktenschränke, Büros, Schreibtische oder wo immer du einen Platz zum Aufbewahren deiner Notizen brauchst. Durch die Kombination von Schwerkraft und Reibung zur Sicherung der Notizen macht Gripit Klebstoff, Nadeln, Klebeband, Klammern und Magnete überflüssig. Der Gripit Halter ist unendlich wiederverwendbar und ermöglicht es dir, bis zu 3 mm lange Notizen zu befestigen, ohne sie zu beschädigen. Mit nur einer Hand kannst du die Notiz einfach in die Lücke von Gripit schieben, wo sie dann an Ort und Stelle bleibt, bis man sie nach unten zieht und sie herauskommt. Gripit ist eine clevere, bequeme und einfache Art, deine Notizen, Memos, Fotos, Rechnungen und Bulletins zu organisieren. ScreenBarLight ist eine tragbare Leuchte, die an den Laptop-PC angeschlossen werden kann, um den gesamten Arbeitsbereich zu beleuchten. Ein exklusives App kann mit den eingebauten Lichtsensoren zusammenarbeiten, welcher die Helligkeit der Umgebung erfasst und dir beim Lesen automatisch mehr Licht gibt. Gleichzeitig passt die App die Bildschirmhelligkeit des Laptops an das Umgebungslicht an und sorgt so für einen ideal ausgeleuchteten Arbeitsbereich. Ein innovatives Design mit stumpfwinkliger Projektion wirft das Licht präzise an die richtige Stelle an deinem Arbeitsplatz, ohne den Bildschirm zu blenden. Durch die Verwendung einer hohen Beleuchtungseffizienz und der Minimierung der Energieverschwendung verbraucht ScreenBarLight nur 5 Watt für die Beleuchtung eines Laptop-Arbeitsplatzes. Außerdem passt die App die Farbtemperatur schrittweise an den Sonnenuntergang an. Tagsüber versorgt dich das kühle blaue Licht mit Energie und hilft dir, dich auf deine Arbeit zu konzentrieren, während das warme orangefarbene Licht die natürliche Melatonin-Produktion am Abend nicht stört. Du wirst tagsüber mehr Energie und die Stärkung spüren, die man sonst nur aus gutem Schlaf erhält. Tica ist ein modularer Baukasten, der sich zum Bau einer unbegrenzten Anzahl von erstaunlichen Konstruktionen, wie zum Beispiel Lampen, Halterungen für Pflanzen oder einfach nur atemberaubende Designobjekte für Schreibtisch, Wohnung, Büro oder irgendetwas anderes eignet. Das modulare System von Tica besteht aus kleinen magnetischen Metallkugeln, die als Verbindungselemente mit flexiblen Gelenken dienen. Außerdem kannst du aus drei verschiedenen, aber verbindbaren Sockeln wählen, auf denen du dann aufbauen kannst. Du kannst unsere eigenen komplizierten Strukturen für deine Pflanzen, große Sorten von Tischlampen und Nachtlichtern bauen, Blumen und Lichter kombinieren und einzigartige Dekorationsobjekte für dein Zuhause bauen und noch vieles mehr. Tica ist noch nicht auf dem Markt, hat aber bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Mit dem Hue 2 RGB-Beleuchtungsset kannst du deinen Arbeitsplatz echt cool aussehen lassen. Alles, was man für eine RGB-Beleuchtung benötigt, ist in diesem Kit enthalten. Ein Hue 2 RGB-Controller, vier LED-Streifen und alle erforderlichen Kabel. Die Streifen sind großartig, weil sie eingebaute Magnete haben. Man kann sie also ohne doppelseitiges Klebeband einfach am PC-Gehäuse anbringen. Mit vier separaten Kanälen, einzeln adressierbaren RGB-LEDs und einer Vielzahl von kompatibem Zubehör bringt dieses RGB-Beleuchtungsset das Aussehen deines PCs auf ein neues Level. Es kann ein Gaming-PC im Alleingang in eine PC-Gaming-Kampfstation verwandeln. Kombiniere das Hue 2 Set mit dem Hue 2 Ambient, einem Kabelkamm oder dem Underglow-Zubehör und du hast eine unvergessliche Synchronisierung von RGB-Leuchten. Das System verfügt über zahlreiche Voreinstellungen, Smart Audio Gaming und benutzerdefinierte Modi, die dein PC-Gehäuse, deinen Gaming-Monitor und deinen Schreibtisch zum Leuchten bringen. Sobald du es eingerichtet hast und alles perfekt aussieht, wirst du wissen, warum du es dir geholt hast. Schreib einfach mal in die Kommentare, was dir bei der heutigen Auswahl am besten gefallen hat. Bis bald!